In unserer liberalen, eigentlich neoliberalen Gesellschaft fühlst du dich oft klein oder mangelhaft. Man denkt, man ist etwa nicht stark genug oder nicht schön genug oder nicht klug genug, vielleicht auch einfach nicht zugehörig genug, nicht genug wie die anderen, irgendwie anders als die anderen. Dann denkst du vielleicht, dir fehlt etwas, aber du weißt nicht, was es ist und bist irgendwie ruhelos, immer auf der Suche nach Antworten oder so, oder aber du denkst im Gegenteil ganz einfach, du bist der Überking, du bist im Bosslevel, du kannst alles, Selbstvertrauen ist die Antwort auf alles. Wir sind im Kleinheitswahn, haben eine Ich-Schwäche, oder wir sind im Größenwahn oder in der Überheblichkeit. Und nur die allerwenigsten sind im Gleichgewicht, im Einklang mit sich und ihrer Geschichte. Unser Gesellschaftsideal wird dabei bezeichnet als freiheitlich, demokratisch, humanistisch. Aber die Gesellschaft ist offensichtlich vor allem narzisstisch, materialistisch und hedonistisch. Die Grundlage hierfür ist das sogenannte westlich-wissenschaftliche Weltbild, das man auch einfach als atheistische Perspektive bezeichnen könnte. Und die Kirche wiederum als Institution ist dabei tatsächlich ungefähr so attraktiv, dass viele, denen das materielle Weltbild zu wenig ist, sich noch lieber den gewerbsmäßigen Kaffeesatzlesern zuwenden. Es ist eine Gesellschaft, die auch sehr stark von Süchten geprägt ist. Und fast alle sind irgendwie auf einem permanenten Selbstverbesserungstrip, Selbstoptimierungstrip, so sehr, dass normale, entspannte, soziale Kontakte darunter leiden. Man hat dann eher oberflächliche, eher unverbindliche Kontakte zu seinen Social Media Bekannten oder zu den Leuten zum Beispiel aus dem Fitnessstudio, für die man aber wenig Zeit hat. Man trifft selten Leute einfach nur, um mit ihnen in Ruhe den Tag verstreichen oder ausklingen zu lassen oder um etwas Spontanes zu unternehmen. Alles sind Termine in Zeitplänen. Man trifft sich und dann vergleicht man sich. Und vielleicht denkt man schon eigentlich immer nur noch an den Zeitplan in Hintergedanken. Manche Leute sind permanent im körperlichen Aufrüsten, arbeiten ständig freiwillig zusätzlich an ihrem Aussehen. Andere sind permanent im kognitiven Aufrüsten, lesen zahllose Bücher, weil sie klüger und gebildeter und kompetenter wirken wollen. Die Leute jagen rastlos einem Ziel hinterher, das ein Ideal von ihnen selbst ist, haben da in der Regel einige Vorbilder, denen sie anhängen und denen sie nacheifern und sie versprechen sich davon ein großes Glück, weil sie eigentlich sehr unglücklich und sehr unzufrieden sind. Manche sind geltungssüchtig, manche sind habsüchtig und manche sind sogar herrschsüchtig. Letztere wollen über andere bestimmen können, sie wollen ihnen befehlen können, sie wollen Macht und Kontrolle über andere haben. Herrschsucht, Habsucht und Geltungssucht dominieren die Gesellschaft und bilden die Struktur der Gesellschaft. Wer auf diesen Gebieten nicht weit kommt, wer es nicht schafft, sich groß zu verbessern, wer nicht besonders schön, besonders stark, besonders klug ist, wer nicht den ausreichend zwanghaften Ehrgeiz hat, etwas auffallend Besonderes aus sich zu machen oder einfach auffallend viel Geld anzuhäufen, der tröstet sich in der Regel mit einfacher Vergnügungssucht darüber hinweg, ist süchtig nach Konsum oder sogar nach Suchtmitteln. Die Sucht nach Konsum und auch nach Suchtmitteln ist besonders weit verbreitet, so wie die tendenzielle Depression, die da dahinter steckt. Es gibt einfache psychologische Schubladen, die hier oft passen. Hatten deine Eltern nie genug Geld? Bist du wahrscheinlich leicht habsüchtig? Hatten deine Eltern nie genug Zeit für dich? Bist du wahrscheinlich leicht geltungssüchtig? Willst immer möglichst viel Aufmerksamkeit und Zuspruch von anderen? Oder deine Eltern waren sehr hart zu dir? Dann neigst du wahrscheinlich zur Kontrolle von anderen, vielleicht auch zur Herrschsucht, vielleicht auch sogar zur Demütigung oder Erniedrigung anderer, vielleicht auch einfach zur Herausforderung anderer beziehungsweise zur Konfrontation mit anderen. Vielen Dank.